Oder so Und hier bitte ziehen Was ist das denn hier? Ich kann irgendwie den Schwebemodus auch ausstellen ohne diese Attacke zu machen Ich komme noch nicht drauf Oh Schlangen zum Beispiel Ich bin Irgendwie so ein Decepticon Wenn du übelst auf die Straße mit so einem Helm Ja Kann ja passieren Also wenn ihr dann demnächst irgendwie irgendwas in den Nachrichten hört Da bin ich dann Ja Wissen Bescheid Ich bin nicht 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 bitte und ich sag ja die ja die kapitel werden jetzt wieder ein stück länger vielleicht ist der plan das durchzuzogen doch gescheitert weil es doch schon wieder recht spät mal sehen hallo wo seht ihr ein schuss und die sind weg warum habe ich nicht früher die waffe benutzt mein gott ich komme auch so gut klar damit ich weiß nicht keine ahnung die haut doch übertrieben gut rein und wie gesagt ich komme ganz gut klar natürlich auch wichtig dass ich einfach meinen mega haften skill entfalten kann nicht dass er durch irgendwelche barrieren oder sowas zurückgehalten wird das ist halt fuck scheiße ich wusste nicht wo ich mich verstecken so rechts links waren welche fuck na komm landen wir ein bisschen schneller jetzt hier nein die tür hinter mir ist verschlossen fuck schon wieder tot sondern ja 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 Das sollte die Infektionsmöglichkeiten sein. Behold, die Autobot-Mutage! Also, ein bisschen Lebensenergie! Da! Wow, 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 Lebensenergie! Unbefreien die Scheiße! Ist er befreit? Ist er befreit? Ja! Okay, jetzt kann ich wieder meine Dominanz aufbauen hier mit dem... Ah, da! Sagen nicht das Bug der jetzt da oben, weil ich das vorher schon durchgeschossen hab. Er ist befreit. Aber das Ziel wird noch angezeigt. Okay. Ja, das wird nur angezeigt, weil ich das schon abgeballert hab, bevor ich durch die Tür gegangen bin. Wollte man vielleicht nicht machen. Da kommt nicht jedes Spiel anscheinend, klar? Nein, Mann! Boah, voll dagegen geklatscht. Ist jetzt was über mir? Nein! Das gibt's doch nicht! Verdammt, ich die Scheiße! Hey! Nein! 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 Das ist doch unfucking fassbar, Alter! Was war das denn jetzt? Oh, nee, Mann! Alles normal? Komm, lad doch mal schneller, verdammte Kacke! Tatsächlich! Weil das Spiel mich... Ach, Gott! Scheiße! Das war's! Hallo! Das war's! Wieso werde ich denn... Komm schon! Wieso geh ich denn teilweise hoch, teilweise rund? Ich versteh das nicht. Ich versteh das System des Schwebens einfach nicht. Außer, dass es ein krasser Angriff ist. Aber mehr versteh ich nicht. Nö. Brauchen wir nicht. Ich bleib bei der Waffe. Da! Ich sehe Tryptokons Torso-Unit! Komm! 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 Warum waren denn jetzt so viele... 3-4 Kapitel hintereinander, die so kurz waren? Und jetzt geht das schon wieder eine halbe Stunde lang, wo wir jetzt durch die Gänge laufen und... wenn wir alles kaputt machen. Ich weiß es nicht, aber na gut Ich soll jetzt mal wieder so einen Hebel betätigen Ich glaube, das wird nichts mehr durchzogen Die Kapitel dauern mir jetzt schon wieder viel zu lange Das ist nicht gut, wenn ein Kapitel über eine halbe Stunde Ja, also Das ist schon gut eigentlich Aber es ist schon wieder nie so abhängig Oder? Ich weiß nicht Naja, dann werde ich wohl nur noch das mal Und dann Schluss Den Rest dann morgen oder so Stirb Alter, hauen die rein plötzlich Was ist denn jetzt los? Wollen die jetzt richtig Stress hier dran? Können sie gerne haben Kein Problem, kein Problem Ich bin für jeden Stress So habe ich noch hier alles klar Was ist los? Ich mache dich kaputt Okay, kurz mal geguckt Wie spät es ist Jetzt kann es weiter gehen Okay Boom Machen wir das einfach so? Oh, warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Oh, warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Boah, drei mit einem Drei Alle drei zusammen mit einem Schuss Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Warte 10.000 Oh, letzter Schuss im Magazin verursacht 500% schon Vorteil ist, alles zu teuer retired f tieime jetzt besser wir zôb nach k bis 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 Ich hab das Teil noch befreit, was muss ich jetzt machen? Erstmal alle Gegner töten oder wie? Verteidiger Annie! Ach du Scheiße! Du hast nichts, Megatron! Oho! Ich sage also, wenn die irgendwie mal auf mich drauf kommen, auf mich drauf schießen, dann bist du so schnell weg. Aber ich will echt jetzt nur noch das Kapitel beenden, ich bin so müde. Aber mittendrin ist natürlich auch Scheiße jetzt. Aber egal, ich freise mich noch mal ein bisschen zusammen. Ich hätte gedacht, dass das wieder so lange geht, ne? Egal. Wir schaffen das schon. Das ist doch mein Schutzschild und wir können nichts machen. Das Schutzschild ist gleich weg. Das ist doch mein Schutzschild. 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 Ich will kommen hier plötzlich. Aber.... Ist das normal? Geh meine Joven Zack, Geh meine Joven Zack. Ich kriege einen Dick auf den Sack gerade, scheiße man. Sind hier nur so Wandspringer? Wo sitzt sie? Wo sitzt sie? Oh, wie viel kommt denn noch? Schon wieder so eine riesige Horde. Beeil dich mal ein bisschen Southwave. Wir haben nicht ewig Zeit. Hm. Und jetzt? Das ist ja nur noch ein bisschen. Soundwave, reporte! Triplikon bleibt unsere Stasis. Power Core at 63% Entwerte. Kalinic Overdrive generator ist sicherlich damaged. Estimating Repair Time. Nein, keine Repair. Tryptikon, wenn Sie mich hören können, verstehe, dass dies nicht eine Erwanderung ist. Währends Ihren großartigen Macht, Sie verabschieden die Autobots verabschieden. Sie verabschieden mir. Sie verabschieden mir. Sobald Ihr Chassis wird sich verabschiedet und wiederholfen an meine Spezifikationen. Megatron, in diesem Staten Damage-State, Triplikon's Alternative Form wird permanent werden. All the better. Soundwave, initiate the Nemesis Protocol. Soundwave, snarls itch. Soundwave, snarls itch. Soundwave, snarls itch. Engine mehr, spielstrahltrn. Soundwave, schrusss itch. Soundwave, spielstrahltrn. Ente es für eine Schoop. Ja, Leute, wie gesagt, ich höre dann jetzt hier auf beim nächsten Mal zocken, was dann denke ich mal durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.